Und das ist das gleiche wie am Ende einer vollendeten Ausziehungsreihe. Man ist nicht mal mehr erstaunt, man ist nicht mal mehr verwundert, sondern man konstatiert einfach nur noch, dass man hier sitzt, hier ist, immer noch hier ist. Und all dies stattfindet, ohne zu verstehen, ohne verstehen zu wollen, wie, warum, wozu es stattfindet. Der Hauch des Windes auf der Haut, das schwere Gefühl, das einen hebt und nicht abheben lässt, das Krabbeln, der Fliegen auf der Haut und von den anderen Farben, Tönen, Geplätscher, Eindrücken, Sensationen außen und innen, gar nicht zu sprechen. Fraglos einfach konstatieren, was da vorgeht. Solange die Zigarren noch nicht ausgegangen sind.